So, das ist ein Video bei Greywater Gates. Wir sind im Herzen der Irrenanstalt und ich weiß ganz genau, was passiert, wenn ich dieses Messer hier aufsammle. Deswegen will ich es eigentlich gar nicht machen. Da kommt nämlich ein Geisteskranker mit. Ich habe mich, Liebjacke, aus der Tür rausgerannt. Und ich weiß auch nicht so genau, was er mit mir anstellen will. Er will mir auf jeden Fall den Schädel brechen mit seinem Kopf. Aber ich muss es wahrscheinlich machen, um weiterzukommen. Meine kleine Anita. Oh Gott, ihr werdet so schnell groß. Warum? Es muss alles so laut sein in diesem Spiel. Selbst das Zettel aufheben ist unglaublich laut einfach nur. Alles klar, dann wollen wir mal. Ich habe nämlich eine gute Idee. Wie wäre es, wenn wir dieses Messer einfach aufsammeln? Und dann einfach nur machen, dass wir hier rauskommen. Verdammt nochmal. Ja, 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 gut, okay. Die Frage ist natürlich, kann ich Ihnen kommen? Kann ich jetzt den Aufzug benutzen? Komm schon, hier bin ich. Das kriegt er nicht auf die Reihe, oder? Ich hätte jetzt natürlich echt dumm ausgesehen, wenn ich den Aufzug nicht hätte benutzen können, aber... Alles gut, ich glaube, so muss man dieses Problem hier lösen. Hey, oh. Was zum Teufel? Du lässt auch deine Kinder überall rumliegen, God damn you. Müsst du denn nicht in der Schule sein oder irgendwas machen? Okay. Ich möchte ja ungern mit der Schrotflände hier eigentlich rumrennen. Was ist dein? Dieses Bett? Es ist wunderschön, dass es dir gehört. Ich möchte es auch nicht haben. Meins ist nämlich viel schöner. Und vor allem weicher, weil ich habe eine Matratze. Matratze ist schon ganz gut zu haben. Was denn? Komm doch, hä? Oh ja, nimm alles. Nimm jegliche Droge, die du darin findest. I don't care. Okay, er scheint leer zu sein. Aber das hat mir auch einiges gebracht. Kurz mal speichern nochmal an der Stelle hier. Cool, ich habe fast wieder volle Energie. Ich fühle mich ja fast schon gut für einen kleinen Moment. Wenn man das überhaupt sagen kann in so einer Umgebung. Das sieht wiederum nicht so gut aus. Naja, okay. Ich glaube einfach mal nicht, dass wir da lang müssen. Können wir hier jetzt raus? Nein, natürlich nicht. Vielleicht da lang jetzt. Weil ich meine, wir sind ja mit dem Aufzug wieder. Nein, dahin gefahren, wo wir herkamen. Also müssen wir doch wieder zurück. Ich glaube, ich nehme das Messer mal. Das Messer finde ich eigentlich extrem geil, muss ich sagen. Vor allem auch gegen die menschlichen Gegner, die nicht aus kleinen Miniaturpuppenteilen bestehen. Extrem gut, weil wie gesagt, ich habe wirklich ein kleines bisschen größere Reichweite als die. Und wenn man schön rückwärts läuft, dann ist es auch echt eine Sache. Dann funktioniert es auch wirklich gut. Kann ich gar nicht. Danke. Komm schon, so fett bin ich auch nicht. Ich muss doch durch die Tür durchpassen irgendwie. Geht doch. Schau mal. Da bin ich durchgekrochen. Ich weiß gar nicht, bin ich in diesem Gang, in dem wir schon mal waren? Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Ich glaube, hier waren doch die Stangen aufgetaucht und haben verhindert, dass ich hier weitergehen kann. Oh, oh, oh. Seht ihr, was ich meine? Ganz genau, ich habe keinen einzigen Treffer abbekommen jetzt. Und wenn ich genug Platz nach hinten habe, ist es auch in Ordnung. Wenn er natürlich in einem engen Gang steht, dann macht er wahrscheinlich ganz genau das mit mir. Ja, vielleicht noch schneller und präziser wahrscheinlich. Als ich gerade mit meinen zittrigen alten Händen vor Angst zittert, natürlich. Okay, ich habe gerade weder Angst noch, bin ich wirklich alt. Also von dem her. Whatever. Oh, holy shit. Ach du Scheiße, wo kamst du denn raus? Okay. Okay. Zum Teufel. Kamst du aus... Aus welcher Wandvagina kamst du denn gekrochen gerade eben? Da ist doch gar... Oh, da ist er an der Wand geklebt. Das kann doch nicht auch sein. Wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Wir sind auf jeden Fall wieder auf dem richtigen Weg. Und die Tür ist auch wieder da, was schon mal schön ist. Was zum Teufel. Holy shit, was bist du denn? Okay. Ich weiß nicht warum. Ich finde die um einiges... Einiges Angst einflößender als die fliegenden Gegner. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht wegen der... Oh, da ist der Kopf wieder. Da ist der Kopf wieder. Nimm... Dein Gesicht aus meinem Gesicht. Ohne Scheiß mal. Dieses Privileg gehört wenigen. Und dir garantiert nicht. Oh, schön. Ist irgendwas im Eimer? Nein, in dem Eimer ist nichts. Wer weiß. Vielleicht packen ja Bandagen und unmögliche Stellen. Den Eimer und so einen Scheiß. Das war wahrscheinlich auch mein erster Fekasten. Bevor von panischen Menschen geradet wurde. Oh Gott. Wurde zwar nicht getroffen, aber ich brauche diese Bandagen. Schon okay. Er hat mir das Bein abgerissen. Gib mir Schmerzmittel. Das wird schon funktionieren. Das ist aber... Ich muss sagen, ich habe viele Türen in meinem Leben gesehen. Aber die hat definitiv die schickste Frisur bisher. Das ist mir irgendwie nicht so ganz geheuer. Das ist ein Teufel. Ach so. Dafür brauchen wir das Messer. Speichern. Das gefällt mir ganz und gar nicht, was ich hier sehe. Denn ich sehe nicht viel und das gefällt mir absolut nicht. Oh Mann. Okay. Sneaker. Patient 311363. Ich denke, das hat etwas mit meinem Vater zu tun. Dieses Rekord sagt, dass etwas mit ihm passiert ist. Das ist ein San-Cross-Hospital. Okay. Schizophrenie und Aggressionen. Das ist eine nicht wirklich gute Kombination, glaube ich. Sollen wir einfach das Auto klauen? Oder wie machen wir das? Ja, die Tür will, dass wir das Auto klauen, siehst du? Bevor wir dieses Auto klauen... Nein? Nein. Okay. Einfach mitnehmen. In die Tasche packen wie Matchbox-Auto. Völlig egal. Fahren wir jetzt also zum Krankenhaus. Höchstwahrscheinlich, denke ich mal. Ich kann nur erahnen, was da wieder für Apeshit gehen wird. Okay. Sein Vater war also irgendwie der Auslöser. Oder hat auf jeden Fall irgendwas mit dem zu tun, was wir hier erleben mit Grail zusammen. Bin mal gespannt, ob wir die Antworten hier irgendwo im Krankenhaus finden. Oder ob wir vielleicht sogar unseren Vater finden. Ich weiß nicht so wirklich, aber... Gucken wir einfach mal, ob da vielleicht noch irgendjemand rumläuft. Oder ob wir da auch wieder komplett alleine durch die Gänge schlappen. Naja, komplett alleine wäre ja nicht mal das Problem. Sie müssen hier irgendwo sein. Herr Doktor, das ist nicht die Begrößerung, die ich mir erwartet habe. Ohne Scheiß mal. Gibt sich irgendwie Raid Your Doktor, die den Noten vergeben kann. Der Flug war cool, aber der Rest war echt uncool, Mann. Das hat nicht sein müssen. Von der anderen Seite verschlossen. Ist das vielleicht Zugang zu der anderen Seite? Nein. Auch dahinter ist wahrscheinlich... War Anita vielleicht dahinter? Meine kleine Anita. Nein. War sie nicht wirklich. Dann mal ab dafür. Schauen wir uns das Krankenhaus ein bisschen genauer an. Sieht... Das hört jetzt nicht so erschreckend aus. Oh Gott. Oh, das Bild da hinten kenne ich. Dieses Bild da hinten kennen wir. Das... Eines der Bilder, die wir... Oh, das sind sogar genau die drei Bilder wieder. Die hier ständig rumhängen. Das ist die große Frage. Liegt es an den Entwicklern? Dachten sie sich, fuck it, wir waren ein Schuhmodell, das viele Leute tragen und legen es irgendwo hin? Und es wird schon keinem auffallen. Oder... Das ist in tieferen Sinn. Archive. Third floor. Okay, gucken wir, ob wir irgendwelche Hinweise auf unseren Vater finden. Drittes Stockwerk. Ich gehe ich recht in der Annahme, dass der Aufzug höchstwahrscheinlich nicht funktionieren wird. Weil es zu einfach wäre. Was ist das für ein Geräusch? Pinkel da vor der Tür einer? I don't get it. Oder aber vielleicht regt uns auch. Ich habe gerade nicht wirklich beim Fahren draufgehalten, ob es regnet. Da hat es mir nicht aufgefallen. Zumindest... Warum macht es eigentlich keinen Sinn, in diese ganzen verdammten Türen reinzugehen? Die gibt es, muss doch irgendwas geben. Oder ist es einfach nur auf dem Weg... Ja... Warte mal, wie hast du den Sprung denn? Oh, shit. Ich würde echt mal gerne aus Third Person sehen, wie ihr diese Duckjumps immer macht. Und auch hier drauf, kein Problem. Na gut. Na gut. Oh Gott, nein. Bin ich der Neue? Hallo, mein Name ist Gray und ich habe schlimme, schlimme Visionen und habe ein kleines Mädchen mit einem Bohrer durchlöchert. Kommt das so gut auf so einer ersten Sitzung? Ich weiß ja nicht. Jetzt habe ich keinen Satz, mit dem er sich vorstellen sollte. Schlossen kann ich nicht öffnen. Storeroom. Storeroom heißt in Silent Hill immer, irgendwelche Items abgreifen. Ist das hier auch so? Warum steht hier der Lautsprecher? Ha! Wow, wow! Warte mal ganz kurz, habe ich gerade die Amo zerstört? Ich habe auszusehen... Scheiße! Da warst du draufgeschlagen und jetzt ist sie weg. Ah, jetzt habe ich sie aufgesammelt. Wie auch immer ich das gemacht habe. Ich habe sie, glaube ich, auszusehen in die Tür reingeglitscht. Bisschen zu aggressiv, mit dem Messer rumhantiert hier. Warum kann ich nicht direkt gehen? Ich muss einen anderen Weg finden. Die Frage stelle ich mir schon lange nicht mehr bei solchen Spielen, Grey. Irgendwann gewöhnt man sich... Okay, an sowas gewöhnt man sich absolut niemals. Oh Gott. Gott, mein Herz. Oh, hey. Oh Gott, warte mal. Jetzt machen sie Gangrape, oder wie? So auf der Straße habe ich das gelernt, Alter. Autsch. Gut, ein Treffer für drei Gegner fast auf einmal ist in Ordnung. Nein, nichts Interessantes hier. Oh Gott, ihr schon wieder? Das heißt, ihr schon wieder, du schon wieder. Goddammit, geh mir aus den Augen, Mann. Okay. Ich werde mal neu speichern, falls diese Gegner jetzt hier auch wieder präsent sind. Zwei Schrotflintenkugeln. Na gut. Wenn das jetzt keinen Sinn gemacht hat, dass ich hier reingegangen bin, Mann. Das wird mich schon aufregen. Mehr nicht, aber das wird mich extrem aufregen. Ich wollte hier nur mal meine Wut kundtun. Dass diese Hunde Bullshit da sind. Hier mal gar nichts geht, Mann. Hier ist, hier ist gar nichts drin. Okay. Mal kurz nach. Ich möchte nicht wieder vor irgendwelchen Gegnern stehen, die auf mich einschlagen und dann so... Oh, Moment, warte mal. Eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz nachladen. Und ich habe nicht daran gedacht, das wird nicht funktionieren. Okay, Pistolen-Amo. Pistole ist eigentlich schon wirklich die bessere Wahl, muss man ganz ehrlich sagen. Weil sie einfach viel, viel schneller schießt. Ich meine, klar brauchen wir mehr Kugeln, aber... Dafür schießt sie auch so schnell, wie man klickt. Und das ist halt schon ein ganz großer Vorteil. Hey, Urgent Care. Examination Room ist zu. Natürlich ist der Raum, den wir nicht betreten sollen, offen. Versteckt sich der Doktor hinter der Tür? Nein. Okay. Mach mal zu den Scheiß. Achso, das geht nicht. Mach mal zu den Scheiß, Dankeschön. Ja, ich meine, wenn schon keiner da ist, dann sollten wir auch mal die Chance nutzen und auf Krankenhausbetten mit unseren dreckigen Straßenschuhen rumspringen. Stand jetzt zwar nicht auf meiner To-Do-Liste für mein Leben, aber hey, warum nicht? Kontaminiert, kontaminiert. Das ist nicht gut. Da irgendwas drauf? Nein? Okay. Scheint nichts drin zu sein. Nichts drauf zu sein. Dahinter, drunter, wie auch immer. Ich habe gründlich geschaut. Nichts drin. Moment mal, ist was creep da? Ich habe gerade irgendwas creepen hören. War ich das mit meinen Schuhen auf den Akten? Ich hoffe. Äh. Warte mal, was? Code. Haha. Code, okay. So, Windcode. Ist der Code in den Bildern versteckt? Vier Schafe und zwei Häuser. Hm. Das ist ein komisches Bild irgendwie für ein Krankenhaus. Und das heißt schon was, denn in Krankenhäusern hängen meistens die strangesten Bilder rum. Vielleicht irgendeiner. Das sind die gleichen Bilder. Also ich schätze einfach mal nicht, dass ich was aus den Bildern rauslesen muss, oder? Hm. Hätte ich mich vielleicht ein bisschen besser umgucken sollen. Weiß ja nicht. Ein Bad? Dieser Raum vielleicht doch eine Daseinsberechtigung, weil hier ein... Au! Guck mal. 4, 9, 8, 2, 3. Dieser Raum hat doch Sinn. 4, 9, 8, 2, 3. Oh. Habe ich bei der Pistole. BAM. Sehr gut. Nicht mal Brute Force-Attacke testen müssen. Wobei ich auch absolut nicht gewusst hätte, dass es ein... äh... 5-Sträger-Code ist. Ich hätte... Oh Gott, oh Gott, warum? Warum, warum, warum? Ich habe doch nichts getan. Oh. Schön, schön. Ich finde die voll creepy, die Teile, die so gebückt laufen, sind auch viel schlimmer als diese fliegenden Typen. Ich weiß nicht, warum. Weil diese gebückt laufen, sie sind ein bisschen langsamer und... Gut, spucken uns mit Blut an, was auch nicht wirklich toll ist, aber... 6-5-2-0-6. 6-5-2-0-6. Macht das Sinn? Ich dachte vielleicht, dass man dadurch irgendeine hilfreiche extra Passage öffnen kann oder wie auch immer. Und diese kleinen kann ich nicht so schlagen. Gut, von mir aus. Alles gleich drin. Okay. Es geht nicht kaputt, wir machen es stilvoll, wir lassen es einfach runter. Okay, Etage Nummer 3. Das ist nicht Etage Nummer 3. Da geht's raus. Oh, schau mal, das ist... dieser versperrte Bereich. Okay, und hier kommen wir vielleicht in einen der verschlossenen Räume rein, oder? Oh, ja, sehr gut. Gegnermäßig sieht's gut aus. Bandagenmäßig sieht es noch viel besser aus für mich. Haha, wunderbar. Wie komme ich hier wieder raus? Ach, schaffen wir schon irgendwie. Es ist... es basiert auf Half-Life. Natürlich schaffen wir das. Außer er kann hier nicht mehr... Na, das... Das könnte sogar für Half-Life schwierig werden. Okay. Gut, dass ich die Abzweigung getestet habe. Also, Gegner respawnen dann wenigstens mal nicht. Wie war dieser Code? 65206. Ich versuche ihn mir mal zumindest zu merken, falls ich ihn noch irgendwo hier tiefer drin brauchen sollte. Ich frage jetzt, ob ich ihn mir mal merken kann. Ich habe ihn jetzt schon vergessen. Vergiss, ich kann ihn mir nicht merken. Naja, okay. Werden wir sehen, falls wir diesen Code irgendwo benötigen. Zur Not weiß ich ja, wo er steht. Vielleicht hat es auch gar nichts irgendwie zu bedeuten. Oh, Construction Area. Natürlich wieder mal... ... ... ... ... ... ... ... ... Es ist wieder extrem verwinkelte Bereiche und Räume und wahrscheinlich steht überall Shit rum und... ... ... ... ... ...